Ein Mensch, wie so die Menschen sind, fühlt sich als Wirtschaftswunderkind. Sieht manchen seiner Träume reifen und meint, er braucht nur zuzugreifen. Doch wer sich bloß an Träume hält, schon bald aus allen Wolken fällt. Der Mensch vom Misserfolg verdüstert, hört, was sein schlechteres Echt ihm flüstert. Was man mit Arbeit schwer erreicht, das Spiel des Glücks bringt es dir leicht. Doch wie gewonnen, so zerronnen, mit leeren Händen neu begonnen. Der Mensch, noch voller Illusionen, geht nun zur Organisation. Noch immer sind die Hände leer. Dem besseren Ich geh hinterher. Der freien Wirtschaft erster Satz. Selbst ist der Mann, frei ist der Platz. Und er erkennt, Satz Nummer zwei, Fortbildung erst macht wirklich frei. So ist der Mensch, wie man hier sieht, stets selber seines Glückes Schmied. Anstatt mit leerer Hand zu grollen, schöpft er nun plötzlich aus dem Vollen. Schafft, was er will, aus eigener Kraft in der sozialen Marktwirtschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017